Musik So, da ist die Musik jetzt auch mal leiser Und ja, ich würde sagen, es geht los mit Clash Royale heute, ne? Und zwar gehe ich erstmal auf die Minecraft-Szene Ich vergesse natürlich heute nicht, die umzustellen, ne? Das wäre ja mal wieder dumm So, ähm Genau, da kann ich sie eigentlich auch schon wieder zurückstellen, bevor ich sie echt vergesse Und ja, dann bin ich wieder live, ne? Mit Clash Royale Und ja, bin gespannt, was heute so kommt, ne? Ja, und dann gucken wir mal Ich werde auf jeden Fall probieren Ja, wieder ein paar gute Runden zu spielen, ne? Mal schauen, ob mir das gelingt Ah, das kriegt man bestimmt hin Und ja So, ich hoffe, es gibt kein Update wieder Mhm Ah, okay Und ja, ich esse wieder, ne? Im Stream, neulich hat sich Rize drüber aufgeregt Sorry Oh, ups, da habe ich mich fast verschluckt Ja, äh, sorry, dass ich es immer wieder mache, aber Manchmal habe ich einfach Lust und Keine Ahnung Will die Zeit nutzen, ne? Zum Essen Hm So Mhm Ja, das ist die Clan-Kriegsauswertung jetzt hier Ja, warte, ich mach mal voll wild Ne Sonst ist ja auch blöd Ja Gucken wir mal Okay Mhm Naja, okay Ist nicht so viel, ne? Hab jetzt auch nicht so viel, äh, geholt beim Krieg Also da habe ich leider den Kriegstag verloren Äh, beim Sammeltag war ich zwar recht aktiv, aber Ja Reicht dann eben auch nicht für alles So Genau Ja, da hätten wir das Ah, warte mal, gibt's noch diese Touchdown-Challenge? Neulich gab's eine Oh, nee, ey, die gibt's nicht mehr Och Ey, weißt du, ich hab das neulich so gesehen, ne? Ich hätte da streamen müssen oder so Aber ich hatte da keine Zeit, ne? Ballon Festival Soll ich das spielen? Nee, das gibt's ja noch nicht Duokampf Alter, weißt du, sowas wird doch kein, kein Mensch spielen, alter Wer spielt sowas? Soll ich das jetzt machen oder was? Ähm Ach, Saison 7 ist jetzt Alter, ich will unbedingt mal wieder, dass dieser Touchdown-Modus hier dauerhaft reinkommt, ey Ich weiß nicht, ey, warum das nicht geht Ja Warum kann man nicht als Clash Royale-Entwickler Einfach mal sagen, okay, komm, wir machen jetzt dauerhaft den Touchdown-Modus rein Weißt du Wie den Duo-Modus oder sonst irgendwas Das gibt's doch auch alles Ja Aber warum das denn nicht, alter, das verstehe ich nicht Ich finde das halt so sinnlos, weil das ist so ein eigener Modus, ne? Und damit könnten sie viel mehr machen Als den einfach nur zweimal im Jahr anzubieten als Challenge, ne? Ist halt scheiße Hm Ja, das ist halt langweilig, hier werden halt zwei Ballons geplaced Und irgendwie bringt's das auch nicht, ne? Naja Ich wollt's nochmal testen Machen wir das Spiel nochmal zur Aufwärmung hier zu Ende, ne? Und dann fangen wir mal richtig an Und ja Hm Ja, okay Jetzt haben wir ja auch was hingekriegt Oh, lol, als ob Das geht ja ganz gut ab, ne? Okay Ich dachte grad so, die besiegen uns übel früh Aber Wir haben ja auch nochmal ordentlich Schaden gemacht Ah gut, jetzt haben sie uns eh besiegt Also von daher, ja Egal So, Ende Dann gehen wir mal in Ähm, was ist hier? Hm Keine Ahnung Party Was gibt's hier? Gibt's hier jetzt endlich mal? Ne Zwischendurch gab's hier einmal Touchdown Das weiß ich noch Aber dann haben sie wieder entfernt So dumm einfach nur Ja Und ja Ich geh jetzt einfach auf normalen Kampf Ne Mal sehen, was das wird Arena 12 bin ich Und ja Ah stimmt, deswegen sehen die Thermose aus Weil ich hab mich neulich schon gewundert Warum die so aussehen Oder ist noch irgendein Special aktuell Naja Keine Ahnung So Okay Anscheinend reagiert er nicht Wie's aussieht Oder? Mhm Naja Da kann ich ihn rasieren Ah, jetzt reagiert er Aber irgendwie etwas spät, ne? Hm Na, ich warte mal ab Hm Da schenke ich ihm zwar jetzt ein bisschen Elixier Aber ist egal So Na toll Jetzt fängt er mit seiner Skelettarmee an Hm Dann können wir hier mal was drauf schießen Ach, na toll So Ja, der Macht jetzt ganz schön Schaden an meinem Turm So Ja, mit denen kann ich einiges machen wenigstens Okay Aber der Turm hat extrem Schaden genommen Da ist schon nicht mehr feierlich So Nehmen wir mal das Barbarenfass Ne So Ah, jetzt krieg ich sogar ein bisschen Schaden hier Okay Ja, die besiegen wir easy Die Skelette Ja Ja, aber den nicht, ne? Ja, da springt jetzt hier drauf Und dann war's das schon wieder Ah Na toll Ach Ganz ehrlich, ey Oh lol Als ob One-Hit Auch nicht schlecht Ah shit Jetzt hat er mit seinem Holz-Typ Das abgewendet Komplett Oh lol Da kann er ihn ranziehen Als ob Was es nicht alles gibt mittlerweile, ne? So Dann machen wir hier mal ein Feuerball drauf Okay Ja, hier hat er noch keinen Schaden Das ist ganz gut Da liege ich eigentlich noch ganz schön vorne Weil er hat nur 4000 Oh lol Jetzt hab ich auch nur noch 4000 Ach, so schnell geht's halt Alter, dieser scheiß Typ mit seinem Bogen da hinten, ne? Das geht gar nicht Oh ey, da macht übel Schaden Dieser, äh Der überall durchschießt Ich verstehe nicht, warum das so extrem ist Äh Ich kenn das eigentlich nicht ganz so schlimm Boah, alter Der ist auch heftig Oh ey, der ist übel stark Das geht gar nicht Ich komm überhaupt nicht an sein, äh Zeug ran hier oben Ich mach zuerst mal irgendeine Abwehr So Ach shit Das war jetzt komplett sch- Na So, oh nee So, weg mit denen Oh Der schießt halt immer durch, ne? Das ist so schlimm Und er trifft auch alles Egal, Boden oder Luft, ne? Ah, alter Was macht denn der für Moves? Ja, das war's dann, ne? Ja, wie soll ich das jetzt noch schaffen, ne? Das geht halt nicht Okay, jetzt konnte ich hier den Ablenken in eine andere Richtung So Okay Oh, die Oh shit, die Fledermäuse, ey Jetzt hab ich schon vor denen Angst, ne? Wenn's schon so weit ist, ne? Ja, toll Ah Okay Oh lol Das war jetzt gut getimt, oder? So So, weg damit Ich mach mir hier einen Mega-Ritter hin Ah, da kommt eh gleich wieder mit seinem Bogentyp Und dann war's das, ne? Ah shit Ja gut, die haben noch den Wut-Dings abgekriegt Das war das Ziel Hä? Ah lol, jetzt war... Ah Ja, Moment mal Kann das sein, dass die Unentschieden abgeschafft wurden? Gibt's kein Unentschieden mehr? Ich glaub, die wurden abgeschafft, ne? Also, es gibt jetzt nur Gewinner immer Weil's wird dann immer, äh, gleichmäßig abgezogen bei beiden, ne? Ähm Bei beiden Türmen Das hab ich schon mal beobachtet Also, anscheinend gibt's das nicht mehr Ja Ich guck mal, ob ich ja im Spielverlauf noch ein Unentschieden hab Von früher quasi Vor 13 Tagen 14 Tagen Ah ja, da hab ich gestreamt, ne? 25 Tage Sieg Ne, Unentschieden hab ich ewig nicht gehabt Hm Ah, interessant zu sehen, weil ich gestreamt hab, ne? Und dazwischen hab ich halt viel weniger gespielt Leute, was ist das hier? Ach ja, deswegen der Challenge Sieht das anders aus Okay Dann gucken wir mal Kumpel So Ah, shit So Das hätten wir Okay Ehre Würde ich sagen Oh Das kriegen wir gut hin Alter, als ob Das wird ein 3, äh, Sternholtz-Sieg 3-Kronen-Sieg Jawau Was war denn das? Hä? Manchmal geht das so schnell, ne? Schon krass So, soll ich die öffnen? Ja, komm Ich logg mich in den nächsten 3 Stunden nicht ein Falls ich jetzt noch ne Eisentruhe krieg Ah, morgenabend CK-Start Oh Schreib ich mir gleich mal auf Und zwar mach ich mir da jetzt immer ne Erinnerung ins Handy Vielleicht ich das sonst nicht sehe Also morgenabend Ich nehm mal so an 20 Uhr Machen sie's meistens Oder 21 Uhr Ähm Hier ist der Kalender Dann da Geh ich mir gleich auf den Tag C-R-Sammeltag Genau Auch 19 bis 20 Uhr Ja, sagen wir mal Äh, 21 Uhr Tja Da hätten wir's Ja, ich muss solche Hilfsmittel benutzen Weil sonst wird's nix Hm Oh shit, ey Bin ich wieder ausversehen auf Insta Und direkt bin ich dabei, eine Story zu machen Ausversehen Ich wiss nicht So Okay Ich guck mal auf Die Zeit 14 Minuten Und Chat ist nix Das Symbol ist neu Neu hier unten Lol So, kämpfen Ah, was spielen wir überhaupt gleich Boah, während der Runde überleg ich's mir Danach starte ich irgendeinen Server Ah ja, Mini-CA Ja, dann machen wir's so So Genau, Mini-CA hab ich länger nicht gestreamt Das muss mal wieder her Ich glaub Neujahr oder so war das zuletzt Oder Hab ich Neujahr gestreamt Ne, einen Tag danach Ja, stimmt, stimmt Da war der erste Lubeco-Stream Und ja Der zweite war ja auch ein bisschen Marker, ne Da hab ich ja eigentlich nur Void gespielt noch Naja Da hat ja auch ein bisschen was nicht geklappt In dem Void-Stream Und da hat sich das dann Nach hinten gezogen Ja, da hatte ich wenig Zeit Genau wie heute Eigentlich Ich weiß nicht Ich komme in letzter Zeit Ziemlich später mal erst zum Stream Das ist nicht so geil Denn eigentlich Will ich das alles schon eher machen Hm Ich schaff's halt einfach nicht Ich hab vorhin noch die Charts gemacht, ne Die müssen ja auch mal Sein, so, ne Und ja Da packt wieder alles rum Kann ich wieder die Songs nicht auswählen Du kannst, ne Die eben nicht Da sein sollen Und ja, dann Bleibt's halt gesperrt, ne Das Video Naja Also nur weil's rum backt Das ist halt scheiße Dass es deswegen gesperrt bleibt So Wenn's jetzt einfach so gesperrt werden würde Ja, einfach so Ja, keine Ahnung, ey Was ich dazu sagen soll So, ähm Ich hätt die mal alle weg Hätt ich jetzt nicht anders Wär ich jetzt nicht anders losgeworden, ne Diese Welle da So, und was spiel ich überhaupt dann in Mini-CR Ich weiß noch gar nicht Ich bin irgendwie Minecraft gar nicht mehr gewöhnt in letzter Zeit So So Clash Royale und so Das geht immer, weißt du Oder Moorhuhn Aber Ja Halt was anderes Ist schwierig schon wieder So Ähm Ah ja Die sind wir schon noch mal öffnen Ah hier Belohnung Ah ok Abholen Neue Stufe Bin ich jetzt Arena 13 Ne Einfordern Ok Boah alter Ich blick bei diesen Stufen nicht durch, ne Ich bin irgendwie Was mit 4 Was ist denn das Ach das ist die Pass Royales Äh Stufe Hm Wird alle 24 Stunden eine Stufe freigeschaltet Äh Keine Ahnung Ja Dann mal weiter Achso Shit Ah ich wollte doch den Mini-CR-Server starten Ah das schaff ich jetzt nicht Nicht während der Runde Muss man dann wieder danach machen Ja dann mach ich es in der Stream-Pause einfach, ne Ist ja dann auch egal Oh lol ey Wie schnell Ah jetzt sieht das ja anders aus, ne Das sind irgendwelche Körpisse oder so Ne Aber man kann sich jetzt auch Skins kaufen, glaube Dafür Für die Türme Ah Das wird ja immer unnötiger, ey Ohne Witz, ne Ich verstehe es nicht Ja Aber diese Skins Das ist so sinnlos, ne Ah ich Mann ey Hm So Die Frage ist, wenn dann mal Goldrausch oder so ist, ne Sehen die dann auch so vergoldet aus? Das wär mal interessant noch Also ob das kompatibel ist oder ob das dann so bleibt Hm Na ja So Ähm Ah ne Das kriegt man nicht gleichzeitig Dann machen wir das so Okay Oh diese kleinen Viecher hier Die sehen immer lustig aus So Ah perfekt Hm Hm Na los Hm Ah ja Das kann man auch gut machen Hm Da fallen mir ehrlich gesagt die Augen zu Nicht wegen dem Spiel, sondern allgemein wegen heute Oh Oh nein Na wenigstens hat sie das Ding getroffen Nicht ins Leere, ey Das wär ja dumm Hm So Ach da hat die beide relativ weit unten die Türme Ist eigentlich jetzt für ihren blöd, ne Hm Na ja So ähm Belohnung Ach hier nochmal Hä ne Hab ich doch schon Keine Ahnung Oh Leute Da zocke ey Ah da kann ich sehen wie weit die sind Ach so Lukas ist hier Geil Ich bin weiter Seit grad eben Und wo sind die anderen Wo ist ein Street Das ist die Frage Ah hier ist jemand Ah mein anderer Account Lol Hä sonst gibt's keinen Hä Ich hab da noch mehr als äh Hinzugefügte Freunde Alle hier Streetmaster Da ist er Okay Ja stimmt er hat gesagt er ist in Arena 8 Nice Nice Na da Ist ja bald Arena 9 Na gut dauert doch ein bisschen Na da So ähm Ja würde ich beenden den Stream Und wir haben eine gute Zeit erreicht Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Oder ne komm ich mach jetzt noch Folgendes Und zwar Minitia 5 Starten So dann machen wir das noch hier im Stream Da hab ich nämlich sonst auch keine Lust So machen wir nämlich jetzt noch hier den letzten Kisten Slot voll Hoffentlich Und ja So Okay Na erst mal Pfeiler Weil es verschwendet Naja So weg damit Oh ne Jetzt kommt der Axtyp Der ist unangenehm Das ist echt nicht so geil Naja So ähm Ah da ist der Server an Aber ja Da ist ja noch ein bisschen an Können wir ja gleich joinen Mal sehen was ich da schaff Hm Bin ja echt mal gespannt Weil ich bin da schon wieder so raus Irgendwie Vom Ablauf her Boah Das wird kein Win heute In der Runde Erstmal ein bisschen hier Abwehr schaffen Ja da hatte ich noch so auf den Win gehofft Ne Und dann Ja Ist wieder ganz schlecht Anscheinend So äh das war jetzt die falsche Wahl Jetzt müssen wir hier links auf jeden Fall angreifen Oh Leute Das hat sogar geklappt So ein Teil muss ich jetzt hier hin aufteilen am besten Oh Leute Das hat sogar irgendwie geklappt Der Plan Das ist mir das teilweise Ah hier ist Glittermehl Okay Oh shit Nein Nicht der Magier Ich muss dem Turm eigentlich nur mehr Schaden zufügen als meinem Ne Probieren wir das mal So Okay Die Hälfte kümmert sich da drum Die andere darum Auf Ehre Alle Wir haben sogar so viel Dings hier Ah wer hat gesubscribed Nee Gefollowed Key 3 Dankeschön Äh Sorry Du kommst da nicht dran So Zu weit hinten Aber wir konnten schon wissen dass er da ein Magier sitzt So Ja das war's Ha Ja egal So Dann Komm ich gleich wieder Ne Ah hier Belohnung Ära Und Ja Ja 3600 Dinger Ist doch gut So Hey Hab eine Frage Welche denn Ich stream gleich noch Minecraft Ich ändere schon mal den Titel So So und zwar Min Mini Craft Attack Staffel 5 So Ja was für eine Frage ist es denn Achso Ja das Spiel muss ich noch ändern Okay Gehe ich schon mal auf die Minecraft Szene Ich will den Stream nämlich Mit Jemandem Ich weiß nicht mal ob das noch klappt Ja das sehen wir noch Okay Ja dann erstmal bis gleich nach einer kurzen Pause Also Vielen Dank.